Aber wie separierst du die? Haben wir das nicht schon mal versucht? Ja, du kannst denen ja zum Beispiel einen anderen Status geben, indem du denen den Status Höchstsicherheitsgefängnis gibst. Na? Und, ähm... Sind dann alle launisch gemeinsam, oder wie? Hm, genau. Die musst du halt unterdrücken. Und das, was du nochmal gesondert machen musst, ist launisch und, äh, der, der sich nicht unterdrücken lässt, weil, ne? Dann würdest du die launischen alle hier hinten in den tiefroten Bereich mit, mit Waffengewalt und so weiter schön eingesperrt, dass die richtig unterdrückt sind, richtig übelst unterdrückt. Und, äh, die, die sich nicht unterdrücken lassen, die musst du dann tatsächlich in dauerhafter Einzelhaft setzen. Geht nicht anders. Hä? Du? Nee, gut, aber das kannst du jetzt bei unserem, bei unserer Größe jetzt nicht mehr... Nee, 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 das müsste man sowieso nochmal alles neu planen. Wie gesagt, wenn du mal überlegst, wir haben ja auch kein Schichtsystem, also kein Zwiebelhaut-Schichtsystem, sondern die Todeskandidaten... Bei unserem Frauengefängnis machen wir das dann. Du weißt, wir werden daran scheitern, ne? Egal. Weil die blöden Weiber uns nur wieder Probleme machen. Und du natürlich dich dann... Was wolltest du mir denn grad sagen? Ich wollte was über das Schichtsystem sagen. Also hier über Zwiebelschicht. Weißt du, Zwiebelschalen, nein, weißt du doch, dir dieses Zwiebelsystem. Jetzt erinnere mich doch nicht schon wieder an Essen. Wieso hast du immer noch nichts gegessen? Nein, ich red doch die ganze Zeit mit dir. Wie soll ich denn da was essen? Ja, ich hab gedacht, du hättest schon ein Funk-Lavalier-Mikrofon am Revere und könntest jetzt durch die Wohnung strotzen. Ich guck doch deinen Stream nicht. Ja, ich überleg mir die ganze Zeit, ob ich weiß, was zu essen hol, aber... Witzel die ganze Zeit, irgendwas von mir. Ich will gar nichts von dir, das ist völliger Einziger. Du wolltest mir irgendwas über Zwiebelschichtsystem sagen. Ja, aber du kannst mich ständig, jetzt hab ich keine Wurst. Ich bin halt nut. Nee. Geh dir deine Mettwurst essen. Oder deine Fikadella. Ich hab mir ein Stück Schokolade geholt. Auch gut. Ich hab mir auch heute, glaub ich, fünf Rittersport gegönnt. Tafeln, oder? Ja, ja. Gut. Nicht Firmen. Aber warum machen wir eigentlich so viel Verlust? Weiß das einer? Weil wir nur 1,6 Tage ohne Vorfälle haben. Und das ist halt so ein bisschen... Aber der Cashflow, wir haben halt einfach einen negativen Cashflow. Sind unsere Werkstätten nicht besetzt? Oh. Also Exporte haben wir gestern 29.400 gemacht. Das hört sich so schlecht ja nicht an, ne? Ladeneinnahmen 880. Das ist noch ein bisschen wenig. Das ist noch ein bisschen viel. Ciao. Also, man macht daraus einen Bewährungsraum. Kann ich die denn jetzt einsetzen? Sieht ganz schlecht aus. Nö, geht nicht. Wollen wir denn letztens auch so viele Taschnurhen gefunden? Ich weiß nicht. Also, um nochmal darauf zurückzukommen, das Zwiebelsystem, ne? Das was? Das Zwiebelsystem. Ach, was hast du denn schon wieder mit deinem Essen, Junge? Nein, du musst Sicherheitsbereiche machen. Du musst einen äußeren, einen mittleren, einen inneren Sicherheitsbezirk haben. Mhm. Und dann kannst du zum Beispiel diese ganzen Maden hier, ne? Denen kannst du zum Beispiel die Möglichkeit geben, dass die in der Küche mitarbeiten. Und dass die dann eben, ähm, zum Beispiel aus den Lagerbereichen, ähm, die ja nicht immer am Rand sein müssen. Die können ja auch zum Beispiel innen drin sein, ne? Oder näher, äh, also, ne? Sozusagen. Also nicht, die müssen ja nicht immer am Rand sein. Sondern, ähm, dass man da dann, äh, die Anlieferung ein bisschen näher an die Küche zum Beispiel baut und dann können die, ähm, über einen speziellen Gang, wo nur die herlaufen, ähm, können die dann, äh, die Küche zum Beispiel befüllen. Weil der limitierende Faktor sind, glaube ich, die Tabletts am Ende. Weil wir haben ja noch ein pissiges kleines Gefängnis. Das ist ja, das ist ja Kinderkacke hier unser Gefängnis. Weil wenn du mal so 1400 Leute drin hast, dann hast du ein Problem. Dann kriegen die nämlich nicht mehr genug zu essen, weil die Tabletts nicht fertig werden. Oder das Essen nicht hergestellt werden kann, weil die Anlieferung selber zu klein ist. Egal wie groß du sie machst, äh, dass nicht mehr genug Waren hier reinkommen ins Gefängnis, um die Leute zu füttern. Über Bauen brauchen wir da gar nicht mehr reden, sondern, ne, so schlimm wird das dann am Ende. Hm. Hm. Ich meine, ich würde ja wirklich gerne mal so ein Gefängnis bauen, ne. So ein riesiges Ding. Jetzt nicht unbedingt ein Frauengefängnis. Also da solltest du dann schon, äh, was Einfaches nehmen. Aber wie gesagt, du kannst auch die, äh, Orangenen und Roten problemlos mischen. Die dürfen sich die Höfe teilen, die dürfen auch zusammen auf dem Hof sein. Da passiert erstmal überhaupt nichts. Solange du diese komischen, launischen Dinger nicht da dazwischen hast. Habe ich jetzt mal Füße auf dem Tisch, ne? Habe ich schon. Hm. Sehr gut. Ich meine, wir haben jetzt so lange nicht mehr plötzlich ein Architekt gespielt, weil vor allem in diesem Gefängnis wir eigentlich so gut wie nichts mehr zu tun hatten. Ja. Weil wenn es läuft, gut der Cashflow ist irgendwie halt komisch. Komisch. Aber ich weiß gar nicht. Unsere Todeskandidaten sind komisch. Ja, das stimmt. Das sind so Dinge, die mich echt ärgern. Das ist erstmal, weil wir ewig lange darauf gewartet haben, Todeskandidaten zu kriegen. Und jetzt können wir schlichtweg keine Gnadengesuche ansetzen. Die gibt's einfach nicht. Das Spiel bietet sie nicht. Ich meine, du kannst ja keinen, der noch nie angehört wurde, ne? Den kannst du ja nicht hinrichten. Stell dir vor, der ist, ne? Bleib doch mal stehen, du Krebel. Hier, der beantragt bei allem unschuldig. Und der hatte noch nicht ein einziges Mal eine Anhörung. Das sind halt so Dinge... Irgendwas läuft hier auf jeden Fall falsch. Genau. Das ist halt doof. Aber ehrlich gesagt, neu anzufangen bedeutet ja, dass du wieder komplett neu planen musst. Ja, klar. Aber warum denn nicht? Ich hab nichts vor heute. Ich hab zur Zeit wieder zu viel im Kopf. Ich kann das nicht mehr. Weißt du, mich ärgert, dass ich heute noch nicht mal meinen Stream Deck fertig gekriegt habe. Jetzt habe ich hier so ein halbfertiges Stream Deck. Das hat mich total geärgert, weil ich habe mir dann die Bilder da fertig gemacht und die wurden dann gar nicht mehr auf dem Rechner angezeigt, weil der die gar nicht mehr geladen kriegte, weil im Hintergrund eben Man of Medan da wahrscheinlich alles an Kapazität weggefressen hat. Ja, und dann war ich einkaufen und das hat ja auch ein paar Tage gedauert. So ein bisschen hier, ein bisschen da. Ja, und dann war aber auch gut. Ich habe so viel auch nicht geschlafen die Nacht. Also muss ich mich erst mal hinlegen. Ja, und dann muss ich schon wieder wach werden für den Stream. Richtig gut geschlafen habe ich eigentlich. Ich schlafe zu wenig. Kann mir mal einer sagen, warum hier ein Schutzbefohlener durch den Bereich läuft, wo nur Mitarbeiter durch sollen? Niklas, die hassen uns. Die halten sich überhaupt nicht an unsere Regeln. Oh, das ist schrecklich. Warum kann ich die... Ach ja, stimmt, ich bin ja nicht host. Ich kann das ja nicht klonen. Ich wollte gerade die Kantine klonen, damit die die Kantine bauen. Also Steffen, es ist, wie gesagt, es ist schwierig, Online-Spiel, die Spiele zu spielen. Könntest du das vielleicht klonen? Nein, 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 nein. Du wirst das schön alles händisch aufbauen. Ich habe jetzt hier ein Projekt um 0 Uhr. Ich muss mich jetzt mal konzentrieren. Welches Projekt um 0 Uhr? Ja, ich habe hier eine Bewährungsanhörung im Todestrakt festgesetzt. Vielleicht haben sie da irgendwas geändert und ich will mal gucken, ob das funktioniert oder nicht. Weil es kommen tatsächlich zwei Rechtsanwälte. Aber ich weiß halt nicht, wer die Bewährungsanhörung bekommt. Irgendjemand muss sie ja bekommen. Warum? Achso, der eine schläft. Es bekommt keiner, sie gehen einfach wieder. Also Bewährungsanhörung ist es auch nicht. Sie haben nichts dran geändert. Es muss Gnadengesuch sein, das wird aber nicht angeboten. Also eigentlich können wir den Todestrakt zu machen. Bewährung zum Tode verurteilt. Also es ist auch entsprechend markiert, aber ich habe keine Möglichkeit, Gnadengesuch zu machen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Tut mir leid. Und damit kann keiner von unseren Todeskandidaten da was machen. Ich kann dir eh nix machen. Ich habe den Terminplaner zugreif, weil ich kein Ost bin. Du kannst ja das Frauengefängnis, da wirst du wieder Ost. Was hältst du davon? Ja, wir bauen aber ja erst nach dem Gefängnis weiter. Nach welchem Gefängnis? Ja, nach dem Gefängnis. Ja, aber hier kannst du doch nicht mehr viel machen. Ja, eben. Ja, also. Versuch dir das zu sagen. Ja, aber wenn, dann verkauf mir das Gefängnis, weil ich starte nicht mit 20.000. Du fängst schön mit 20.000 und Frauen an. Nein. Du kannst was mit 20.000 Frauen anfangen. Ja, das sowieso. Nee, aber wenn wir das jetzt verkaufen, oder den gesamten Block hier noch. Ja, dann schicke ich dir den Speicherstand rüber. Dann mach das selber. Dann haben wir wieder ein paar Millientchen. Dann passt das doch. Lass uns aber auch erst vormachen. Wir können auch super immer. Ja, ja, klar. Dann können wir super in unserem Zübersystem. Ja, aber das musst du doch vorbereiten, Alter. Das kannst du doch nicht im Stream planen, sowas. Natürlich. Ja, das gucke ich mir an. Ehrlich. Dann mach du das. Ich gucke es mir an. Ja, ich weiß ja nicht mehr, wie es geht. Ach. Du musst ja ja Insider werden. Natürlich kann man das machen. Ich weiß zwar nicht wie, aber du machst das schon. Genau so endet es immer. Ich habe eine Idee und der Fussel muss es machen. Super. Ja, ich helfe dir. Ja, darauf habe ich gewartet. Nein, ich weiß nicht, wie kopiert man denn hier. Du gehst auf schnell bauen, klonen und dann siehst du mit der rechten Maustaste einmal die Hälfte-Team da rüber. Und das geht? Ja. Mit Mauern? Ohne Mauern. Oh, Mauern sind doch schon da. Linke oder rechte Maustaste? Rechts. Das ist nicht meine Gesehnung. Ich weiß ja auch immer, warum du so schnell bist, weil du es dir ganz einfach machst. Das wäre diese ganz billige Lummer, weißt du? Ah, und jetzt kannst du mal mit dem Sucheraum auch nochmal, dann passt es ja. Können wir uns das überhaupt leisten? Ratzu. Ich frage nur mal. So. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da. Da, da, da. Da, da. Da, da kommen übrigens gleich acht normale Häftlinge in zwei Stunden. Ja, 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 das ist alles gut. Wir dürfen ruhig. Ah, das ist nicht so Musik. Was hast du denn für Musik? Ich möchte. Elektro-Dance. Put your hands up in the air. Put your hand up in the air. So was? Ja, nur noch schlimmer. Oder? Böden. Richtig. Du kannst das sagen, dass da hinten irgendwelche Zellen immer noch nicht fertig gebaut sind? Ja. Aber ich kann ja nicht bauen, wenn du baust. Sonst heißt es ja... Ja, 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 ja. Ich meine, ich kann ja gerade gar nichts machen, außer zu gucken. Ja, dann lernst du was. Das ist richtig, ob du lernst was. Zum Beispiel, wenn man es nicht machen sollte. Eben. Was haben wir denn hier für Böden benutzt? Gitterböden, ne? Gedenke, ja. Damit die schön mit nackten Füßen auf Gitter stehen. Das wollten wir nicht hier unten rennen. Hasi? Nein. Könnte es sein, dass es hier einen Fehlbau gibt? Nein, gar nicht. Doch, hier ist was falsch gebaut, Hasi. Wo denn? Der Trakt hier unten ist falsch. Welcher? Wo ich gerade bin. Todes, nein, nicht Todes, hier. Die Einzelzellen und so weiter sind zu schmal. Dann sind die halt eins kürzer, und? Da geht aber keine Tür rein. Ja, dann musst du die Tür auf das Klo bauen. Ach, wenn man einmal mit Profis, weißt du, einmal mit Profis. Nur, wenn du nicht weißt, wie man Türen reinsetzt, kann ich ja nichts nicht mehr. Vielleicht klatscht es. Schrecklich. Ganz ehrlich. Wirklich. So, ich habe deinen Fehler mal korrigiert, ne? Natürlich. So, wir sind zum Thema Perfektionismus. Nee. Also, was ist denn jetzt hier unten drin? Was wollen wir denn da und dann reinmachen? Weiß ich nicht. Was brauchen wir denn? Weiß ich nicht. Wir hatten irgendwas geplant, bestimmt, aber... Nein, das hört sich gar nicht nach uns an. Geplant, sagt er. Was bräuchten wir an Räumen, was da sinnvoll wären? Mit Sicherheit jetzt Aufenthaltsräume für das Pack an Personal, die ja den ganzen Tag nur rumheulen. Ja, warum sind da zwei Türen auf der linken und rechten Seite? Wo sind zwei Türen? Ja, da ist die Wand nicht komplett durchgezogen. Heißt, das sind Türen, da sollen Türen hin. Das weiß ich nicht, wer das gemacht hat. Ich schätze mal, du hast wieder die Hälfte nicht richtig gemacht. Sind's ich, oder? Ja. Ja, ich würde sagen, im Putzmittelschrank, dass die hier was zu arbeiten haben. In ihrem Trakt. Wenn die nicht in einem anderen Trakt müssen. Und hier unten fehlen auch Türen. Werden das hier gebaut? Ehrlich? Das ist doch nur eine kleine Kussung. Ja, wir haben das, glaube ich, zugemacht, wegen, weil da ist ja auch noch nie mal Strom drin. Da baut doch bloß keine Türen rein. Die sollen die ja nicht rein. Noch nicht. Der Gefängnistrakt ist doch noch gar nicht freigegeben. Mach mal schön die Tür da weg. Mach mal da draußen schon mal eine Tür hin. Nein. Du weißt, das nutzen die. Dann zack, sind sie auf der Mondoberfläche und ersticken. Außerdem hast du ja noch keinen Hof designt. Kann ich ja nicht, wenn du die ganze Zeit baust. Ich mach doch gar nichts. Hier sind seit mindestens 30 Sekunden, hättest du was machen können. Lügt an der Zeit. Ich lügt nie. Ich lügt nie. Ich hab das auch noch nicht fertig gemacht. Du wolltest dich doch drum gehören. Du hast noch lautstark gesagt, wenn er endlich fertig ist, fang ich an damit. Ach so. Und ich hab dann gesagt, Moment. Fertig. Kann ich nicht sein. Das ist halt deine jugendliche Demenz. Was hast du da für eine Kappe auf? Kinoa? Wer ist denn Kinoa? Ich kenne Kinoa. Siehst du, da endet man wieder so als Weltbild. Ja, natürlich. Letztens, dass hier oben auch ein Bauchfehler drin ist. Wo? Irgendwie fehlen hier ein paar Wände. Also ich will nicht sagen, dass hier ein paar Wände fehlen, aber da oben fehlen ein paar Wände. Ja, davon rede ich doch seit Stunden, dass da oben die Zellen nicht mal fertig gebaut sind. Nicht nur nicht eigentlich, die sind gar nicht fertig gebaut. Du hast da unten irgendwas gesagt, von wegen, da ist ein paar Wände drin. Ja, das auch. Da siehst du mal, wie viele Fehler du den ganzen Tag machst. Du hast nichts von oben gesagt. Du hast rein gar nichts von oben gesagt. Ja? Das ist unglaublich, wie viele Fehler du machst. Was sagt eigentlich dein Chef dazu? Weil du mich die ganze Zeit ablenkst. Stopp. Da musst du genau so. Ja. Ja, jetzt lass mich doch einfach mal bauen. Jetzt mach doch mal. Ja, wenn du mich hier nicht die ganze Zeit ablenken würdest, wäre ich schon lang fertig. Dann leg doch mal meine Nacktbilder aus der Hand. Dann bist du auch nicht so abgelenkt. Dann hör auf, mir welche zu schicken die ganze Zeit. Worum? Dann muss ich abgelenkt sein. Ja eben. Das ist ja der Plan. Ja. Sehr gut. Übrigens fehlt hier oben noch Boden. Böden. Ja, die konnte ich ja nicht bauen, weil da jetzt die Rampenmerkung. Aber warte mal, ich baue die mal eben. Sekunde. Bis fertig? Aber die sind jetzt kann ich schon wieder nichts bauen. Vielleicht klatsche ich mal. Dauert nicht mehr lange. Ehrlich. Ehrlich.